ARD Text im Auftrag von Funk Was kochen wir denn schönes? Grillkäse. Grillkäse ist immer grob. Immer gut. Komm, du kochst jetzt. So, den stellen wir wieder rein. Meine Augen trennen gerade. So, dann zeig mal deine Skills. Ah, Fimp. Du siehst aus wie so ein Tagträumer. So, wenn man sieht, dass es ein Desaster wird. So, alle zum Essen rufen. So, jetzt nehmt euch ein Sandwich und verpisst euch. Oder wie war das? Oh, guck mal, die eine, die läuft! Die hier. Die da. Also, welche Frau würde sich mit so einem Rock so hinsetzen? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Kannst du mich auch hierherkommen? Ich glaube, da hat gerade einer geschnarcht. Dante schnarcht nicht so laut. Ist das Essen jetzt auch wirklich da drin oder hab ich's jetzt rausgepackt? Da, da, da. Läuft die jetzt? Ah ne, ich dachte, die läuft jetzt. Da, da. Da. Perle läuft mal ein Stück. Oh, ihr seid, sind gerade wie so verpackt. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, Iron. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht ihr? Sag mal, Dante ist sehr munter, oder? Ich will die hier laufen, die sollten mal laufen. Da, da, guckt, da, ey, das ist doch, guck, 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 übrigens, hier war gerade, da ist sie, das ist unsere Künstlerin, die wir letzte Woche gebaut haben, oder, Lena Jansen, müsste eigentlich, und hier ist ihr Freund, aber die eine war doch jetzt geil, oder? Dante flirtet mit Wanni, so, so. So, Artie, mach dich mal nützlich, fäum mal auf, wer schlafen kann dann noch arbeiten. Ja, guck dir mal Kazak an, yeah! Und Iron, argh! Wie du guckst! Wie der guckt! Wie der guckt! Richtig böse! Hey, Mina! Na, Augenkopf! Kazak, wenn du dir den Stil von ihr anguckst, das passt nicht zu dir. Nein! Ah, die pennt schon wieder! Sag mal, seid ihr nur am Schnarchen hier, oder was? Nix da! Komm, arbeite mal ein bisschen! Komm! Mach mal ein großes, vielleicht verdienen wir ein bisschen dabei! Ich brauche ein bisschen Kohle! Also, Radio an, Fernseher an... Was gucken wir denn da gerade? Oh, ist das ein Traumschiff? An Krimi! An Krimi! Wuh! Ach! Mr. Dipp! Wuhh! Wuhh! Ah, die... Oh, ja! Das bin ich gut! Das finde ich gut! Ich soll deine anderen Outfits angucken! Oh, wer weint denn da? Ach, guck mal! Pfff! Dann sie geh ihn doch mal trösten! Hm! 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 So, Zugsspruch geben! Hm! 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 So! Hm! Ja dann! Äh, wo gibt's denn das hier? Inflationen? Ah! Nee! Hallo! Ah, freundlich! Outfits zu zeigen! Was wolltest du mal zeigen? Deine Nachflasche? Haha! Gusha?! Pfff! Smirks! Pfff! Gungdei! Yabara! Pff! 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 Nachflasche zeigt er, also nicht! Hm? Pff! Alterskleidung hat er ja an, glaub ich, oder? Pff! 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 Warte mal! Pff! 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 Oh Du Badria Oh mein Winko Okay Ah, guck mal, er ist kokent Er ist schon wieder auf Flirten eingestellt So Adi, dann verkauft er dir mal Jetzt wollte Dante schlafen Jetzt legt sich Kazak in sein Bett Na komm Adi Ich schicke dich schlafen Kazak, du musst hier schlafen Das ist Dantes Bett Raus da Und bagger ihn unterwegs nicht an So Munter unter dem Bett Gucken wir mal Hehehehe Was fehlt denn noch? Komm du gehst auch mal schlafen So Hier müssen wir mal automatisch nicht da Alle Das heißt, sobald keiner da ist Wer ist denn jetzt noch auf den Beinen? Schlafen, schlafen Schlafen, schlafen Ne Er ist noch wach Oh, er ist alleine Na Was wird das denn? Ah Jetzt Kazak, du weißt Es ist nicht gut, sich mit seinen Mitbewohnern einzulassen Guck mal Wannis Ist freiwillig zu dir gekommen Ist freiwillig zu dir gekommen Anständiges Mädchen So Isst du auch mal Warte mal Warte mal Was gibt's denn hier noch so für Musik? Oh Mach mal Winzerzauber Jetzt hast du sie zum Weinen gebracht Jetzt hast du sie zum Weinen gebracht Gehst aber ran, dass du direkt jetzt schon über China redest Die denken an sich selber Okay Hier sind die beiden например Hinten Hinten Jetzt Weißt du was du machen, wenn ihr schlaft Lass Hinten Hinten Zehn 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 Ich könnte ja mal nachhelfen, aber ich lasse die mal alleine machen. Ist schon so weit. Kazak möchte schon Techtel-Mächtel machen. Gerade jetzt ist wieder flirten? Ja, Junge, Computerfreak, ne? Ja, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir noch ein bisschen mehr Kohle rankriegen, damit die... Ich weiß gar nicht, was war. Sie war Party? Du warst Computerfreak. Du warst auch mal, ne? Musik? Computer? Arty ist bis jetzt der einzigste Maler hier drin. Was soll man nachhelfen? So, wir können ja ein bisschen rumblödeln. Sollen wir ein bisschen nachhelfen? Aha. Oh, er hat schon Pyjama an. Ah, Fricka Jehne. Er haut schon wieder ab. Also Kazak wirst nicht, wenn du immer abrennst. Der Vater. Kazak haut immer wieder ab. Das ist schlecht. Der will schlafen. Er ist sogar so kackend reißen und legt sich in ihr Bett. So, Arti. Aufstehen. Malen. Du bist der einzigste, der mir Geld verdient. Genau. Ach, Kinaas. Ist der so erschöpft oder was? Nee, komm raus. So, freundlich. Die anderen beiden lassen wir mal schlafen. Iron ist ausgeruht. Bestimmt fitter. Und nicht mehr so böse. Brunch. Eee, corner. Hm. Wie, Kazak möchte malen? Nee, nee, nee. Fangen nicht alle die gleichen Berufe an. Sag mal, wie spät ist denn das eigentlich schon? Keine Schocks. Der will immer schlafen. Wo willst du hin? Wo wollt ihr hin? Du gehst aufs Klo? Ah, Alter. Nee, nee, nee. Du schläfst da. So, an den Sammler verkaufen. Na, so langsam kommt die Kohle rein, Artie. Na, einer muss ja das Geld verdienen. Einer muss ja Geld verdienen. Du hast Hunger. Du bist müde. Ja, wir haben leider noch kein Computer. Quert auf, euch zu mobben. Seid lieb. Übrigens, Artie, wenn du willst, ähm, man kann ja auch eigene Bilder hier malen lassen und so, ne? Hier gibt's einen Ordner. Frag mich jetzt nicht, wo. Du musst dich nochmal gucken. Theoretisch könnten wir ja dann zum Beispiel mal den A nehmen. Könntest du das malen oder machen wir dir das an die Wand? Aiden, kleiner Tana, Iron Mob, mich? Was? Kazak ist aber auch dreist. Ey, jedes Bett. Dem ist jedes Bett recht. Und Wani wird tanzen. Tanzen, 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 tanzen. Die wird noch ein Profi. Naja, solange die alle pennen, wovon träumen die denn von Sonne? Ist schon gut, so ein Lotterleben, wenn man keine direkte Arbeit hat, wa? Ja, müssen wir da nochmal gucken. Ich meine, wir müssen, wie gesagt, wir müssen halt jetzt noch ein bisschen, erst mal wieder das Geld ein bisschen auffüllen. Was ich ja machen wollte hier, ähm, die, die Künstlerin, die ich letztes Mal erstellt habe, die wollte ich ja eigentlich auch hier einziehen lassen. Und die bringt ja dann auch nochmal ein bisschen Geld mit, obwohl, jetzt haben wir so angefangen zu erstellen. So, jetzt schau dir mal dein Bild an. Oh, der hat ja keinen Spaß. Ausgezeichnete Gemälde kreieren. So weit sind wir noch nicht. 193? Ach so, Kopie, ups. Nein. Wollten das ja nicht. Wir wollten das ja auch verkaufen. Ja. Popart. Wuuu, dann mal uns doch mal ein Popart. Ja, Exilie zieht nächste Woche auch ein, Kazak. Dann kommt noch ein Handwerker ins Haus. So, zeige mal, was meinst du denn das Schönes? Dann kann Kazak noch ein bisschen schlafen. Ha, jibs. Und dann schicken wir dich gleich nochmal. Oh, Wani tanzt. Zu der Musik kannst du doch nicht tanzen. Popmusik. Nein, hier wird keiner rausgeworfen. Vertragt euch. Siehst du, Iron, du hast ein eigenes Zimmer. Kazak hat, äh, muss nicht immer die... Oh, Popmusik. Hat im Moment noch kein Computer, noch kein Zimmer, kein Bett, nix. Wow, Pelka-Gnoi. Jibs. Haha. So. ein schönes bild super gibt aber 250 siehst du hier da kannst du mich nach vorlage malen warte mal war noch mal 1 mal gucken jawoll neun meilenstein mädel wo bist du dann zeig mir deinen kochskill na das sah jetzt aber schon besser aus war habt ihr zum essen gerufen gibt es hier um fünf uhr morgens gibt es hier spaghetticarbonata wer von euch ist kleptomane also von denen die wir erstellt haben war keiner kleptomane einer der gäste hat geklaut die hat jemand den 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 die hat jemand den killerzweck geklaut hey die nachbarn weißt du kacke dreist die nachbarn hier kommt das müssen wir eben verkaufen dann darfst du sofort nudeln nehmen ein gericht nehmen warte ich stell dir einen neuen an so viel geld haben wir dann doch noch übrig wie kacken dreist ist das denn haben die den einfach den zwerg geklaut ich glaub's ja nicht wenn man zukommen kann ich die ganze zeit wenn ich hier am bauern bin da habe ich den chat gar nicht mitbekommen Also ich hab's nicht gelesen Wie, geht's nicht mehr da rein? Doch Hallo So, ist drinne So Lanz ist am Baden, Alon schläft, Kazak schläft Ah, die muss aufs Klo und geht nicht Und mit diesem Witz lasse ich euch mal eben alleine, ich muss nämlich auch mal wohin Und mit diesem Witz lasse ich euch mal eben alleine, ich muss nämlich auch mal wohin Ah, Vula-Shaka-Teeps Inuplanar Sieglona Ah, Jarban-Dekor Ah Aha Oh Oh Uh Ooh Yeah, Gar Sawarbe Toppa Yibzi Ha ha Fedeish Laminagalpa-Watini Oh, Prita! Nulix! Quasinex! Thelma! Suche! Planide Verruda, Quofi, Dabki Peifen, Chinosa Bamisk Nilsia Crutes, eh? Quarbo daish, Quimbo! Bah! Jeffenath Ibanahu, Benarpelka, Shemul, Maimana Jasapa, Klufi Gareng, Kitsune! Ganyera! Lume-gla-fispa! Freenip! Libankusha! Befalla fredoi! So, wieder da! Naja, Kazak! Ihr habt halt vorhin so schnell geschrieben. Am besten hätten wir jetzt alles schreiben müssen, damit das nicht durchgeht. Aber ihr habt euch ja so schön am Moppen. Ist jetzt egal, er hat neuneres Thema als abgehakt. So, wer liegt jetzt hier? Arti liegt da. Kazak pennt, Arti pennt. Ich sehe nix. So. So. Jungen. Ja, Arti liegt bei Wani im Bett. Hab ich schon gesehen. So, wie sieht's denn aus, Freunde? Wer muss denn mal hier duschen? Iron muss auf jeden Fall mal aufs Klo. Schicken wir ihn auch mal aufs Klo. Was ist mit ihm? Ihm geht's gut. Oh, sie ist beschämt. Oh. Eigentlich müsste sie dann ja jetzt mal in ihr Bett, müssen wir Kazak mal aus dem Bett schmeißen. Aha! Dann kann Arti nämlich hier rein schlafen. Und Wani kann nicht ihres, weil wenn es den, obwohl, ne, den Spiegel sich selbst Zuspruch geben soll. Frauen reden ja auch gerne mit sich selbst. Jetzt tanzt sie mit sich vorm Spiegel. Nein, hier. Da. Bede mit dir. Geht nicht. Vor allem versteck dich ne Runde, komm. Ja. Und danach kannst du dir selbst Zuspruch am Spiegel geben. Wo ist denn jetzt der Rest? Die Männer sitzen alle da. Und wer geht da vorne spazieren? Dante. Ja. Sollen wir alle einen Ausflug machen? In den Park oder so? Aha. Warte mal. So, wir gehen alle reisen. Kazak, Dante, Iron. So, wir gehen mal alle. Kazak, Dante, Iron. Bedeuten. Töpe.